Wir sind jetzt die gleichen Bilder oder nicht? Die Frage, die sich laut stellen wird. Rattert er zu gut oder rattert er nicht? Ah, wenn wir den Scheiß-Tugger wissen. Wir sind die Kinder und wir werden dich rauslassen. Nein, nein. Da geht es um Norbert mit den vollen Äpfeln. Wie soll ich jetzt sehen, das nächste Mal? Ja, bei mir fällt es ja gerade wie volle Äpfel. Andere Bilder, wir holen. Oh, die alte. Ich glaube, sie möchten mal gebohrt werden, Norbert. Okay. Ganz ruhig. Ist mir die mal alles okay? Ich weiß nicht. Das Gas hätte nicht gut getan. Das ist ja auch der Vergnügungspark. Das stimmt sich schon an. Das stimmt sich schon an. Das stimmt sich schon an. Das stimmt, dass ich mich hier absolut nicht auskenne. Oh ja, da oben ist sie. Baseball. Die Eule. Die Stichlady. die Stichlady. Welkom du Futterland. Die Musik. Meine Zinn. Das ist voll gut. Das ist voll gut. Das ist voll gut. Danke. Das ist ja passend. Ich kann den linken Bewerse. Danke. Danke. Da ist dann eine Tür, die wir aufmachen können. Hä? Wo? Wo ist eine Tür, die wir aufmachen können? Bitte Norbert. Komm ich? Ja, ich komm schon. Ich wollte mich hier nur fertig umschauen, wir sind hier noch nicht fertig gewesen. Alle da? Ja. Wer? Da gibt es nur Cola. Was habe ich vorhin schon gesagt? Ich weiß, aber da gibt es das wieder. Entschuldigung, dass ich es nochmal sage. Okay. Du bist eh wo cool. Entschuldigung. Schau, da gibt es auch von COD. Diese Korgelme-Automaten. Was schon interessiert mich eigentlich gar nicht. Stell auf... Stell... Stell vor, das sind die ganze Zeit Easter Eggs zu CODs. Hä? Was hab ich da? Ich glaube hier einfach keiner mitgelüftet, oder? Nein, oder? Wirklich. Nimm deinen Flumi. Warte, ich bin jetzt ganz wunders. Bin voll her. Ich hab ein Poster gefunden. Du musst aufpassen, es gibt zu Puppen. Die blasen sich auf. Ich weiß nicht, was passiert, wenn sie voll sind. Die machen was? Die blasen sich auf. Bist du lustig drauf? Die haben TNT in der Hand, also ich nehme an, die explodieren. Ich markiere euch mal so eine Puppe. Ja, hat eine Sprengfalle gepinkt, also. Wackern ist die Kinkler ausgeklingen? Die schlüpft aus dem Ei oder? Komm so weiter her. Wackern kann, wo sei denn? Äh, ich weiß nicht, wie ich zurückkomme, zwischen uns ist eine Tür. Da kann man, ähm, Alex, den Coop aufbrechen. Weiter, da ist einer da. Nein! Wo? Pass auf, Alex? Wo ist sie zum Aufbrechen? Ja. Da vorne. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht, wo er vorne ist. Da liegt einfach ein Herz drin. Wenn man das Herz hat, dann ladet sich die Energie wieder auf. Ja. Wenn man Schaden nimmt. Ich bring euch mal ins Mignum. Wo ist die Wurzel? Ach so, die Wurzelkanalfahrt. Ja. Da war eine Coop-Tür auf jeden Fall irgendwo. Da hinten, Alex. Das ist nur, dass es eine Abkürzung ist, sozusagen. Ja. Kann du helfen? Gib mir ein Handy. Kann du helfen? Gib mir ein Handy. Ja schon. da ist das explodieren solange sich nicht mehr aufladen und weil es war aber eines wurscht F**k Halt jemand, Halt jemand, Halt jemand, Halt jemand Negativ Ich bin eine Psychose, Ramana für Jungs Habt ihr was markiert? Das war kein Gift Ich hab dir gesagt, da liegt was Habst du sogar markiert? Man hört das nicht und sieht das nicht, wenn man in der Psychose ist, hab ich nicht festgestellt Sorry Auch die Markierung siehst du auch nicht? Ich hab's zumindest nicht gesehen Ok, ich weiß, wir sind wieder am Anfang Wir sind wieder am Anfang Wir sind da durchgegangen Wir haben nur jetzt die Tartentür entriegelt quasi Warte, warum ist das einmal rot? Da kommt einer Ja, sehr gut Norbert komm Komm schnell, lauf Was ist denn los? Norbert, das machst du oder? Du bist äh Nein, ich sag jetzt Bin ich ja nicht mobben Wo müssen wir hin? Zur Wurzelkanalfahrt Zur Wurzelkanalfahrt Ah, Root Der Innerschnecht mit Root, glaub ich Die Wurzelkanalfahrt oder was ist eine Wurzelkanalfahrt? Wie ist da? Was ist die Karte? Das ist das Gesicht ist das Das ist der Wurzelentür also Das ist der Wurzelentür also Ah ja Genau Ok Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich Da und raus Wirf dein Herz auf das Ziel um das Tor zu öffnen Naja, der Norbert war nur mit dem Herz beschäftigt aber das hat er nicht gesehen Erhalte Eintrittskarte in dem du Spiele spielst Oh oh Das ist wieder eine Psychose Ah, ok wir müssen Spiele gewinnen Füttert die Clowns Aber wo sind die Herzen? Achso die Herzen muss man immer holen Da ist eine Tür zum Aufbrechen Da kommt man dann raus auch Oh du bist ja da ok Ok Ein Ticket haben wir gefunden Ja Ich bin bei der Tür Da kannst du kurz zu Na der kommt genau Ach ja Ich dachte wir haben Gas gehen Alex Vielleicht können wir dann Da ist irgendwo eine Tür zum Aufmachen Eine Kopte Ja Dass man dann rauskommt zu dem einen Spiel Bei mir? Ja, bin schon am Weg Oh fuck Fuck Okay Bitte Ich bin bedäubt Ich bin jetzt Das ist die TNT-Puppe, die du gemeint hast. Genau. Ich muss sagen, aber die Karte ist echt cool. Ich brauche echt so eine Psychose-Dings, gell, wenn einer. Ich kenne mich gerade gar nicht aus, wo ich bin. Ich muss wieder ein Herz holen. Du schießt auf das gleiche, was ich geschossen habe, Alex. Ich bin selber. Das linke. Norbert Bridge schützt alles zu uns. Alter. Hey, Alex? Ja? Kann es sein, dass er die COT mit den Tüffeln gearbeitet hat? Nein. Da sind überall die TNT-Stacks, oder? Da gibt es auf den Atten. Ich brauche schon wieder. Ich bin schon wieder. Ich brauche schon wieder eine Psychose. Ich brauche schon wieder eine Psychose. Ich brauche. Ich brauche. Ich bin der Heiland. Du wolltest, dann sag es euch bitte. Halt! Du Backe! F**k! Das war eine Sackgasse. Robert? Ja. Schau mal, Alex. Da ist die Bombe mit Affenbocker. Das ist die. Da ist die Bombe mit Affenbocker. Das ist die. Da kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Abziehen? Oh ja, da nichts rein. Und? Warte, ich lenke ihn ab. Wo geht man? Oh ja, der hat mich, glaub ich. Lauf, lauf, lauf. Ich verblute, Alex. Du laufst halt im Kreis dort, ich kann sonst dir nicht helfen, wenn du da bleibst. Ich lock ihn weg einmal. Come on, we're not done yet. Okay. Das erste Mal, dass ich am Boden lagere, das wird sicher auch keine A-B-Wertung mehr. Ich brauch dann halt einmal Heilung vom Hauptsee. Ja. Ich würd sagen, wir warten hier einmal. Okay, wir warten hier nicht. Lauf, lauf, lauf. Kannst du es nicht heilen? Nur dauert es zu lang. Da ran. Da, 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 geht's durch, da, da, da. Warte bleibt, sei mal da. Er kommt. Oh, er, oh, oder? Ich kenn mich nicht mehr aus. Ich auch nicht. Auskennen durch, ich muss die ganze Zeit noch. Ja. Zwei Spiele fehlen uns, Treffermeister und Maulwurfschläger. Warte mal. Die Links haben wir, die Rechts fehlen noch. Zwei Spiele fehlen uns noch raus. Zwei Spiele fehlen uns noch. Zwei Spiele fehlen uns noch raus. Ja, ja. Oh, er kommt da. 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 Ja, er macht das andere da. Aber ich muss das Herzen holen. Er spielt einer. Komm, so. Er kommt da weg. Ich hab das letzte. Kann man da wer öffnen? Oh, weg rechts. Ja, ich komme. Okay. No, lock ihn weg einfach. Ich hab eine Beträubungsbombe aktiv. Robert lock ihn ein bisschen in Gras. Wir werden jetzt hier sicher abhauen können. Wir können abhauen hier. Wir können hier. Ja, du das mal aktivieren. Ist es schon? Wir können schon fahren. Achso. Da oben ist die Könige. Hat die gerade zu mir gesagt, Daddy? Nein. Ich glaube, wenn du hier hochkommst, können wir vielleicht weitermachen. Oder? Nein, doch nicht. Alex, warum bist denn du so rot? Ähm. Ich hab's abgeschleckt. Ich hab's abgeschleckt. Ich habe das ganz gut.